so heute der vorletzte tag vom urlaub wir machen noch mal bad unsicher nachdem wir jetzt endlich den hafen gefunden haben ein bisschen blöde ausgeschildert ja jetzt auch total tote hose ist nicht wirklich was los wir lassen die urlaub jetzt langsam ausklingen aber überholungsbedürftig aus oder hier stehen die noch tippe hinten draußen wenn das überholt werden soll so wo waren wir denn überall dirhagen war war wustro war war ahrenshoop waren wir born waren wir wie kommen prerow waren wir daßer ort waren wir zingst waren hier kommt es ja nicht raus jetzt sind wir in bad und wir waren noch in streisand der berühmte berüchtigte barter bad barter bad nicht nicht barter illitsch sondern barter bad was für ungeheuer hier drauf sind da rollt eins weg stefanie hat die handbremse nicht angezogen da jetzt haben wir den salat schnell mal umgeparkt und hier haben wir den hafenwächter so jetzt gibt es gibt am tisch 36 gleich erstmal was zu essen und wir beobachten hier wie das boot aus und was er gezogen wird wir machen heute einen ganz ruhigen tag wir tun noch ein bisschen die beine weh den ganzen tagen das war sehr stressig jetzt und wir haben ja noch potsdam vor uns das heißt wenn wir jetzt hier den urlaub fertig haben also praktisch übermorgen abbrechen hier dann fahren wir heim machen ein tag ein bisschen ruhe und packen dann schon wieder die sachen und fahren nach potsdam also die filme reisen nicht ab du hast durch ja ja 298 frozen patties later auf zum anmelden ein schwan sehr großer ich weiß nicht ob ihr den seht sieht sehr geil aus ja ich versuche jetzt mal so ein paar kühlerfische zu kriegen ich habe natürlich nicht richtig was mit nur ein bisschen brot und hat mir hier so ein behelfs schwimmer aus dem stück styropor gebaut und unten einfach so ein künstliches maiskorn dran mal sehen wenn auch nur einen ganz kleinen das ist ein riesenschwarm vögel der hier umher fliegt tja bis jetzt noch nichts neues ich bin jetzt alles immer so am durchprobieren eine habe ich mit köderfisch draußen den ich gefangen habe die kleine wird jetzt feierabend machen ich weiß nicht ob wir morgen noch einen film machen werden was wir morgen überhaupt machen werden eigentlich ist angeln geplant aber das wetter soll richtig scheiße werden mal sehen was ihr nicht seht das sind das hier hinten tausende tausende von kranichelang fliegen ne ich kann leider auch nicht also es sind immer so gruppen von ich weiß nicht ein paar hundert tieren wenn er ich bin jetzt mal ganz leise vielleicht hört dass er die sind einige kilometer weg tja leider einen kleinen köderfisch ansonsten ein anfasser hatte ich hier vorne aber kann auch schilf oder pflanzen oder sonst was gewesen sein am haken war nichts aber das kann man immer nicht so ganz genau sagen man wünscht es ist meistens ist es ja mehr wunsch wie alles andere der bodden mag mich nicht erst wunderschön aber er mag mich nicht